...auf ihn losgegangen bist. Gut, wenn er das so sagt, ist es ihm so. Oskar, das ist doch der Junge, mit dem du schon öfter Probleme hattest, oder? Hey, ich geb's dazu. Von mir aus war ich schuld. Oskar ist im Krankenhaus mir. Frau Riedmüller, ich hab mir auch schon die Schulter ausgekugelt. Das passiert ganz leicht. Ja, das kommt vielleicht bei Ihnen als Bergretter vor, aber... Ich wollte das ja auch gar nicht. Aber ich... Was denn mir? Ich wollte so ne blöden Sprüche einfach nicht mehr hören. Was hat er denn gesagt? Irgendwas. Weiß ich nicht mehr genau. Das war komisch. Aber irgendwie hat es gepasst und ich bin sogar hierhergezogen. Ich will nicht weg von hier. Musst du auch gar nicht. Hey, Mia. Der Markus, der liebt dich. Und egal, ob richtiger Papa oder falscher. Der ist dein Papa. Okay? Hey,UA-Einige. Ver Happy, ich bin kid, ich bin kid. Wir sind halt, irgues drauf. Untertitelung des ZDF, 2020